So Sachen sind gepackt. Ich denke mal, ich pick alles rein. Es geht los auf die Equitana. Hier ist auch schon alles drin, was rein muss. Wir haben ein kleines Apartment in Essen. Das Ding ist voll. Man glaubt gar nicht, was man für so eine Messe alles braucht, aber wie ihr seht, ist es einfach wirklich, das Auto ist schon voll, also ich könnte kein Pferd mehr mitnehmen. So, auf geht's zur Equitana. Kurzer Zwischenstopp an der Raststätte, was Gesundes trinken und weiter geht's. Ich habe noch zwei Stunden Fahrt ungefähr. Ja, und dann würde ich sagen, dann zittert aber die Equitana vor mir. Da steht schon der erste Transporter. Ich bin jetzt auf der Messe Essen gelandet auf der Equitana. Wirkt noch alles sehr entspannt. Jetzt muss ich ein paar Daten abgeben und kann hoffentlich hier auspacken. Und natürlich war ich am falschen Tor von Halle 6. Jetzt Tor 4. Das klingt wie so beim Glücksrad. Tor 4. Zonk. Ja, ein bisschen Stau. Aber endlich da. Na, das ist doch mal geil, mit dem Auto direkt an die Messe fahren, beziehungsweise an den Messestand. Ich bin jetzt da. Hier hinten, das seht ihr, es ist noch wenig los. Das wird sich, denke ich mal, ab heute Nachmittag und spätestens ab morgen sowieso ändern. Aber jetzt tue ich mal unseren Stand. Ich bin ja der Erste hier. Und dann gucken wir mal, wie schön wir den hinkriegen für euch. Könnt ihr mich hören, EasyFlexTV ist jetzt hier direkt im Stahlzelt, wo letztendlich hier die Anspannung förmlich zu spüren ist. Neben mir steht nicht die Lena, die wollte nicht irre für uns, sondern die Svenja Braun. Svenja kenne ich übrigens. Du hast, glaube ich, mein erstes Turnier gerichtet. Das kann gut sein. Wir sind mal... Ja, wir haben auch ein Hühnchen zu rupfen. Ne, es war gut, es war gut, sie hat mich gut gerichtet. Svenja, darfst du dich ganz kurz vorstellen, weil ihr seid die Show-Truppe, die auch in den Top-Shows auf der Äquitana sein darf, vom Lixhof. Wer bist du doch mal ganz kurz vorstellen? Genau. Ich bin Svenja Braun, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, und bin Teil des Lixhof-Show-Teams. Und wir bereiten uns gerade auf unsere erste Probe vor, die wir hier auf der Äquitana reiten werden. Und da freue ich mich sehr drauf, weil sie haben... Wie viele Shows habt ihr? Wir haben drei Shows. Wir dürfen in jeder Top-Show mitreiten. So, und was ihr im Hintergrund schon hört, kommt mal ein bisschen mit. Svenja-Lena. Hier sehen wir schon mal die Anprobe. Und darf man das Motto verraten, was ihr da macht? Also was ist das, was ungefähr jetzt in die Richtung geht, was wir da sehen? Also ich glaube, was man öffentlich sagen darf, es geht so um Götter und Slapenäer und so. So ist das Grube-Motto. Okay, sehr gut. Und scheiße, bist du aufgeregt? Ja. Es kommt noch. Was ist das da hinten? Ist das so eine Art Fußfessel? Ja. Darf sie nicht abhauen? Ja, genau. Sehr schön. Das ist die elektronische. Sehr gut. Wie lange dauert eure Show? Ungefähr? Zehn Minuten. Zehn Minuten. Alles klar. Wir sind sehr gespannt. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und wie es dann natürlich aussieht, beziehungsweise was die dann machen, zeigen wir euch natürlich dann auch. Wie die Japaner standen hier gerade und haben hier diese Ampel. Schaut euch das bitte an, die Ampel. So und das hier macht es nochmal vor. So standen wir alle gerade dran. Weil diese Ampel sieht man natürlich selten. Jetzt ist grün. Jetzt darfst du noch rüber gehen. Jetzt will wieder keiner. Erst wenn wieder rot ist, wollen alle rüber. Ja, unser Equitana Messe Apartment. Also gehört nicht zu Equitana. Aber das ist jetzt hier so eine Business Wohnung, die ich für eine Woche habe. Und gerade gab es eine Schrecksekunde, Leute. Ich kann es euch sagen. Also hier ist das Bad. Das ist echt cool. Zwar klein, aber gerade habe ich den Föhn. Der ging nicht. Tja, der Doppi ohne Föhn, das geht gar nicht. Aber es war einfach nur der Stecker nicht eingesteckt. Okay. Und dann, was haben wir noch? Mehr gibt es hier eigentlich nicht. Ja, ich dachte jetzt, ich hätte eine Küchenzeile. Aber anscheinend mag der Essener mehr Mikrowelle als Erdplatte. Ja, und da einen Kühlschrank habe ich noch. Moment, kann ich auch zeigen. Total spannende Roadtour. Mit lauter leckeren Sachen gefüllt. Und so nahhaft. Ja, heute ist der erste Messetag. Der 7. April. Ja, Leute, die Zeit rast. Ich habe gerade echt überlegen müssen. 7. April, what the fuck? Das ganze Jahr ist schon wieder verplant. Heute geht es los. Noreen ist auf dem Weg. Unser Mentalcoach für Reiter. Tim ist gerade schon losgefahren. Ich warte jetzt noch auf Noreen. Die Pferde, der Gusti, die Becky, die Lisa sind alle heiß. Und wir freuen uns auf die Show. So tolles Feedback schon gestern bekommen. Und es kann nur besser werden, weil das Wetter wird es nicht. Ein kurzer Blick aus meiner Bude. Das ist da hinten schön. Was ist das? Essener Synagoge? Ja, genau. Das ist die Essener Synagoge. Wenn ihr mich glaubt, googelt halt. Und dann würde ich sagen, geht es los. Ich bin startklar. Ich würde sagen, so kann man doch auf die Messe gehen. Also, dann nehme ich euch mal mit. Behind the Scenes. Noreen sieht aus, als würde sie auf den Ballermann gehen. So ein bisschen chill out. Aber in ihrem Koffer hat sie nachher wahrscheinlich Aperol drin. Oder? Von wegen hier Mentalcoaching, Mental saufen. Nein. Voll cool. Sie würde in unserem Stand nämlich nachher direkt, ja, mentales Training machen mit unseren Reiterkollegen, beziehungsweise mit den Messebesuchern. Und da gibt es eben entspannte, coole Sitze, oder? Ja. Und du hast von Audiodateien vorbereitet noch, gell? Genau, mittel-losen. Geil. Extra für die Äquitana. Echt das Special. Und wir haben unsere Pullis gerade gepickt. Richtig geiler Druck. Richtig geil. Mega, mega, mega edel. Deswegen, ja, wird umgezogen. Unser Messestand steht. Und wir haben jetzt gerade noch, ja, in Windeseile den Wildschirm bekommen. Und die Sarah hat das organisiert. Mega, Sarah, vielen Dank. Unser Team ist auch bereit. Seid ihr alle heiß? Yeah. Jetzt müssen wir noch einen Easy Flix-Schlacht rufen. Unser Messestand steht. Entspannungs-Area. Hestakofi, Pflegeprodukte für Islandpferde, oder für alle anderen Pferde, die so eine schöne Vene haben wir. Und natürlich hier unser Easy Flix. Dort werden auch immer die Videos ablaufen, damit wir den Leuten demonstrieren können, was wir so tun. Da hinten ist einer der Showrings, wo wir nachher drin sind. Da freue ich mich auch mega. Und die Showrings sind richtig gut. Auch der Bodenbelag haben wir schon festgestellt. Ist super. Und was auch interessant ist hier, extra für die Pferde, natürlich Anti-Rutsch-Matten. Wird noch den Halmboden hier nicht betreten. Der ist, ja, so ein, ich denke mal, so ein Harz gegossen oder sowas. Ja, und hinter mir der Showring. Geil, oder? Einer der Größeren. Sehr quadratisch. Ja, 16 Shows, Leute. Es geht los. Hier wird mal ganz reise applaudiert. Ist das nicht schön? Sehr gut. Sehr gut. Busti, möchtest du es auch noch mal? Geht ihr nach dem Meer in Ilanau oder geht jetzt? Takt dann. Svenja, ich komme hier mal auf die erste Bahn entgegen, aber du kannst hier oben reiten. Ja, jetzt möchtest du dich beantworten. Erst die Hand strecken und dann hast du ein eigenes Wieserpferd? Nein, aber du bist schon mal ein Wieserpferd geritten. Ja, aber hier haben wir auch ein Wieserpferd. War ein Wieserpferd. Was ist mit Töln und Katz? Nur Töln. So, wer kennt den Töln? Wer weiß, was Töln ist? Ja. Also bei mir im großen Pferdestall muss ich mir das erklären, denn die Großpferde haben halt drei Gänge. Und wir Wiesländer, und das ist ja ganz grundtypisch für mich als Schwabe, ich spare nicht an den Gängen. Deswegen haben wir insgesamt Pferde fünf Gänge. Schaut einfach, wie die das von der Mitte an sich waren sind. Mehr Vertrauen geht eigentlich nicht. Ganz toll. Ja, erster Tag. Zwei Shows schon hinter uns. Wir haben es richtig gut gewuppt. Die Community ist toll. Da hinten ist Katja Schnabel. Mit der habe ich auch noch ein Interview. Die ist von VOX Die Pferdepofis. Und unser Stand. Hier läuft unser Showfilm. Und wir haben jetzt wieder zwei Reiter, die unbedingt mal die Hypnose von unserer lieben Noreen ausprobieren wollen. Und sind gerade im Pferdemodus, beziehungsweise im Pferdementalhimmel. Mal gucken, was sie nachher sagen, wenn sie wieder aufwachen. Hoffentlich. Jetzt geht's. Also der Bart sitzt. Der Bart sitzt. Jetzt geht's los. Wir sind große Fans. Bernd. 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 Servus. 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 Ich rede auch bei derischen. Live dabei. Du weißt gerade nicht, wer wir sind. Noch nicht, aber das wirst du bald. Leider für dich. Sehr schön. Viel Erfolg in der Show. Wir freuen uns. Wir freuen uns auf deine Show. Ich freue mich auch. Easy fix. Du hast gesehen, gell? Ich geb's dir noch was. Bester Kofi. Bester Kofi. Ey, du hast jetzt keine Zeit, gell? Nein, 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 nein. Aber wenn ihr Kofi macht, dann... Wir haben die besten Flache. Echt? Cappuccino. Jetzt? 2 Minuten. Nee, ich hab leider keine Zeit. Ich muss zum nächsten Mal hin. Komm ich morgen was drauf? Alles klar. Danke dir. Tschüss. Tschüss Bernd. Danke. Ja, wo bist du denn, Bernd? Wir haben doch gesagt, wir filmen... Ja, wir haben uns doch gleich was erzählen. Außerdem haben wir gesagt, wir filmen für meine Nichte. Die Nichte? Die Nichte. Also, wir filmen für einen Freund. Ja. Wir filmen. Wir sind die Letzten, die jetzt hier noch herkommen dürfen, gell? Ja, wir sind die aller, alle. Ihr seid das Letzte. Wir sind das Letzte, aber wir haben den Bart schön. Wir haben den Bart schön. Aber ihr macht so einen mega Top. Ihr seid von heute Morgen, macht ihr Shows. Ihr müsst mit den Leuten freundlich sein. Ihr macht die Pferde richtig, richtig geil. Und da sieht man auch so gut aus. Das war einfach was schön. Und nicht mal Filter drauf. Nein. Nein. Nur wir haben Hester-Kofi-Bart schön. Ja, der ist ein bisschen strommelang. Wir freuen uns. Auf die Backe. Auf die Backe. Aber nicht über Ende. Aber, warte, warte, warte. Ja, komm. Für meine Nichte heißt Tobias. Ja. Für Tobias. Für Tobias. Und Tobias. Von Easy Flix. Von Easy Flix. Easy Flix. I wie einfach. E-A-S. Easy wie einfach. Easy mit I. Flix. Flix. Podiumsdiskussion. Über Gewichtsträger sind es ja nicht. Man sagt nicht Gewichtsträger. Kann ich der Katze noch was beibringen? Ja. Sehr gut. Satteljahr für Länder. Oh Gott. Wir machen jetzt hier ein zu großes Weitgespräch. Vielen Dank. Wir hören uns. Ja. Tschüss. Ciao. Logbuch. Tag 3. Showtag 2. Der Easy Flix Enterprise. Man sieht die Spuren der Mannschaft deutlich im Gesicht. Man stößt in neue Welten voraus. Ich habe übrigens gar keinen Herd. Habe ich schon erwähnt. So. Heute haben wir drei Shows. Zweimal sogar mit einer halben Stunde. Ja. Wochenende steht vor der Tür. Bekannterweise die wichtigste Messezeit, beziehungsweise der meiste Publikumsverkehr. Aber heutzutage ist das Wetter gut. Die Tage war wirklich schwierig, weil es hat wirklich sehr, sehr gestürmt, gewindet. Es gibt zwei verschiedene Stallkategorien, Stallzelte-Kategorien. Die Premium Stallzelte sind unten in der Tiefgarage schön windgeschützt. Die anderen stehen draußen und haben ziemlich viel, ja, die Pferde sind ziemlich nervös gewesen, weil der Wind immer das Stallzelt aufgewühlt hat. Und man hatte das Gefühl gehabt, es drohte ein wenig wegzufliegen. Und es kam sehr viel Wasser immer in die Stallzelte rein. Wir hoffen, das Problem ist jetzt bewoben. Klar, es regnet heute nicht. Aber ja. Also, seid gespannt. Es wird wieder ein lustiger, interessanter Messetag. Mal gucken, wen wir heute wieder nehmen. Aufs Korn nehmen. Alter, hab ich Augen. Ja, ich habe Augen. Schiegel hat Augen. Ich meine Augenringe. Ich brauche wieder meinen Kokonat-Filter. Also, freitag auf den dritten Tag der Messe. Jetzt befinden wir uns in der größten Halle. Und am Mittwoch haben wir dann hier unsere Show. Also, ich schnuffer schon mal ein bisschen. Lass die da einfach herkommen und dann geht die hier runter. Also, das Runtergehen ist eigentlich immer der Punkt nachlass, wie die so eine Aufstieg übergemacht. Und wenn die Seele nicht in Ordnung ist, weil ein Pferd romanisiert ist, wenn es nicht wissend ist, wenn es also gar keine Ahnung hat und völlig überfordert ist. Oder wenn es körperlich gut geht, müssen wir das erstmal wieder hoch machen. Dann müssen wir uns das ganz reinig anschauen und alles in Harmonie und in Schmerz frei sozusagen bringen. Seelische Schmerzen. Ja, die Equitana hat uns heute mit vier Shows eingeplant, von denen wir nichts wussten. Eigentlich wären jetzt um 12 Uhr dran gewesen. Und jetzt sind wir doch in einer viertel Stunde dran. Aber Noreen ist entspannt. Total. Ist ja entspannt! Wenn sie nicht entspannt ist, kann sie ja heute selbst Metallcoaching, selbst Hypnose machen. Ja. Aber das ist halt, glaube ich, Messealltag. Und ich habe schon den Busfahrer gefragt, was die Maschine hier so drauf hat. Wer noch den Film Speed kennt, mit Sandra Bullock und wer war es noch? Oh, ich bin Sandra Bullock. Und wie ist der andere? Wer war es? Canary Reeves. Canary Reeves? Vielleicht will ich die Sandra sein. So. Keep moving! So, während der Chef arbeitet, chillt hier die Mitarbeiter von EasyX TV. Fitt mir das gut. Mega Team. Wir sind jetzt schon etwas durch. Vier Shows heute am Tag. Wir haben jetzt in einer Stunde die letzte Show. Aber ich bin so was von begeistert, wie alle hier mitmachen. Und das ist, glaube ich, ein mega Miteinander. Also von daher, bestes Team ever. Und ich schätze mal, nächstes Jahr für die Equitaner sind wir auch mit dabei. Im Hier und Jetzt. Noreen hat mir gerade eine Hypnose verpasst. Und auch der Bus, die saß mit mir gerade im Stuhl. War richtig geil, Noreen. Denn wir haben extra spezielle Audiodateien. Noreen hat spezielle Audiodateien erstellt für Hypnose. Und das war gerade richtig toll. Und hier am Standpunkt ist auch richtig gut an. Und ja, mit unseren Stühlen hier kann man chillen. Also hier ist Alarm heute am Wochenende. Messe Tag 4. Aber so Tag 3, oder? Ja. Ja. Wie ihr seht, die stehen alle an für uns. Natürlich für EasyFix TV. Und was soll ich sagen, auch hier die Fans sind dabei. Aber okay, nicht wegen mir, sondern alle wegen der Katja. Katja, Katja, Katja hier, Katja da. Aber wir haben schon gesagt, wir zweigen jetzt hier einfach die Zuschauer ab. Und die locken wir in unserem Schlag. Das ist einfach auch bekannt. Die Pferde-Fogis. Auch Fogis. Die Frau Söhne hat auch gemacht. Ich meine, ihr könnt mich die foliage. Die Frau eine eine gute Frage weitergehen. Die Frau schenken wir uns. Auch gut auf, aber ich weiß Arthur- paleif Jasper Katja und wozu es von